und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video hier auf aquaterra tv und dieses mal auch auf next youtube. was das ganze ist, das seht ihr nach dem info. was ist das ganze? was hat das mit aquaterra tv zu tun? das zeige ich euch jetzt. und hier sind wir auch schon direkt in next youtube drin. so sieht das ganze aus wenn man also einen kanal geöffnet hat. dieser jetzt entsprechend hier next youtube deutschland. wir erstellen uns jetzt einfach mal hier ein konto. dazu einfach auf registrieren oben rechts klicken und dann kann man hier den nutzernamen sowie die e mail, das passwort und danach mal das passwort zum bestätigen eingeben. nach der erfolgreichen registrierung sieht es dann so aus dass oben rechts dann so ein avatar ist und unten drunter euer profilname. und ihr könnt jetzt hier auch in die einstellungen reinklicken und dort könnt ihr dann noch weitere einstellungen halt vornehmen. wie zum beispiel euren wohnort oder euer alter. und wie ihr sehen könnt die registrierung geht eigentlich relativ schnell und ihr habt hier wirklich viele verschiedene möglichkeiten euch auszuleben. was auch noch relativ cool ist, ist hier diese monetarisierung. dazu erzähle ich dann später noch was. aber soviel sei vorweg gesagt, ihr könnt hier mit geld verdienen. dazu müsst ihr euch dann auch verifizieren mit eurem personalausweis und dann könnt ihr damit halt geld verdienen. während wir hier noch unsere weiteren einstellungen vornehmen, noch eine coole sache. und zwar ist es so, dass bei next youtube die videos komplett werbefrei sind. was im vergleich zu youtube schon echt angenehm ist. außerdem gibt es weitere vorteile wie zum beispiel ein schickeres design, cooleren support, genauso wie die möglichkeit untereinander zu chatten, aber auch die möglichkeit und die finde ich eigentlich relativ cool, dafür belohnt zu werden, dass man sich halt videos anguckt. der ein oder andere von euch stellt sich jetzt vielleicht die frage, wie machen die das? sie haben ja keine werbung in dem sinne. und wie wollen die uns da geld auszahlen? ganz einfach. es gibt zwar werbung zum beispiel im blog bereich, die ist jetzt aber nicht so offensichtlich wie bei youtube oder so. also zwischen den videos an sich ist keine werbung geschaltet. aber wo sie auch viel geld mit verdienen, beziehungsweise auch unterstützung bekommen, sind halt von sponsoren. daher bekommen sie halt das geld, weil die sponsoren halt sagen, ok youtube ist zwar cool, aber wir wollen halt auch mal was eigenes pushen, was in deutschland entwickelt wurde. deswegen unterstützen wir halt next youtube. wir spenden da halt die beträge hin. und somit will halt nexotube quasi eine community aufbauen und deswegen gibt es halt dieses belohnungsprinzip. und hier jetzt der offizielle trailer von nexotube. werden wir sehen. wir sehen uns wenn wir sehen. wir sehen uns, wenn ihr an. es Doch was hat jetzt Aqua Terra TV mit NexoTube zu tun? Na ganz einfach, NexoTube ist auf uns zugekommen und hat uns gefragt, wie es jetzt denn aussieht, hat ihr Lust, mal darüber ein Video zu machen und euch einen Kanal bei uns zu erstellen. Da haben wir natürlich gesagt, okay, wir sind bereit für Neues, gerne, und haben uns einen Kanal erstellt bei NexoTube und haben schon die ein oder andere Videos hochgeladen. Für euch bedeutet das im Klartext, ihr werdet auf unserem NexoTube Account alte Aqua Terra TV Videos sehen, die vielleicht so gar nicht mehr auf YouTube vorgeschlagen werden, die aber trotzdem noch sehenswert sind, weil da viele Informationen drin sind. Also guckt gerne mal auf NexoTube vorbei, der Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und dort findet ihr halt verschiedene alte Videos, die aber immer noch lohnenswert sind zu schauen. Wir versuchen da jetzt jede Woche ein Video hochzuladen, mal gucken, ob es klappt, aber so ist zumindest der Plan. Das war es von mir, bis dahin, habt einen schönen Tag und ciao.